Hallo zusammen, hier ist die Webcam, die Wireless Webcam und der Aufbau ist ganz einfach. Man kann die Kamera, so wie ich jetzt hier, einfach aufs Klavier legen. Es wird ein Dongle an den Computer angeschlossen, der hier und schon verbindet sich das automatisch. Ich kann die Kamera auswählen unter Windows 11 als Aufnahmegerät. Das habe ich jetzt gemacht. Die Auflösung ist Full HD. Das sieht man jetzt hier auch live. Die Auflösung, die Farben hier in Orange, hier das Blau wird alles sehr schön wiedergegeben. Der Ton ist okay. Man hört es jetzt auch. Ich finde, das könnte ein ticken besser sein sogar noch. Wir gucken jetzt auch mal, wie das wäre, wenn man jetzt hier ein Klavier aufnimmt. Also man sieht, man kann ja durchaus auch was aufnehmen. Klanglich nicht ganz so gut, aber das würde man ja vielleicht sowieso mit dem Klavier über ein Line-In aufnehmen und dieses Video kann man dann hier eben schön aufnehmen, zum Beispiel vom Klavierspielen. Man kann natürlich auch Personen aufnehmen. Also man sieht hier, also die Farben sind alle recht natürlich und das macht diese Kamera meiner Meinung nach zum sehr guten Begleiter. Auch die Stimme ist verständlich. Nur Musik würde ich halt weiterhin über Line-In aufnehmen.